Hi, hi! Oh Mann, ich bin gerade echt ein bisschen... Oh, ich habe dieses Video gerade schon mal für euch gedreht und meine Kamera hat sich einfach irgendwie aufgehangen, hat das Ganze nicht abgespeichert. Total schade! Aber egal, es macht nichts. Ich mache es einfach nochmal für euch. Ich habe hier zum Glück alles aufgeschrieben, denn ich möchte euch heute die 28 Dinge sagen, die ich in meinem Leben, in meinen 28 Jahren gelernt habe und vielleicht könnt ihr euch da noch was abschauen oder so und sagen, oh yeah, okay, diesen Tipp beherzeuge ich. Und deswegen fangen wir mal an mit der Nummer 1. Mehr Planung ist für mich auch mehr Entspannung und deswegen, ich bin ein kompletter Chaot, ich kann nicht ohne meinen Kalender, ich muss immer alles planen, ich brauche Routine, sonst kann ich mich nicht entspannen. Die Zeit heilt alle Wunden und das ist nicht nur ein Spruch, das stimmt einfach. Die Zeit heilt wirklich alle, 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 alle Wunden. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, manchmal denkt man, es wird nicht mehr, aber es wird wieder. Vertrau drauf. Oh man, ich habe 28 Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass Disziplin nichts Schlechtes ist, sondern Disziplin ist Selbstliebe. Und das habe ich dann wirklich erst nach 27, 28 Jahren kapiert und es hilft mir sehr, vor allem so in Sachen Sport und so, ja, Disziplin ist Selbstliebe. Setze dir Jahresziele, das ist unglaublich hilfreich, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dass du weißt, wo du in diesem Jahr hin möchtest. Geh immer mal wieder aus deiner Comfort Zone, und es ist nämlich was, was wir automatisch nicht tun würden, aber es tut so gut, aus deiner Comfort Zone zu gehen und zum Beispiel einfach mal zu sagen, allein zu verreisen oder zum Wasserfall zu gehen, obwohl man Angst irgendwie hat vor Schlangen auf dem Weg oder sowas. Hinterher fühlt man sich einfach großartig. Ein ganz wichtiger Spruch, der mir dieses Jahr mitgegeben wurde, beziehungsweise letztes Jahr und der mir sehr geholfen hat, ist, andere haben das Recht, das Scheiße zu finden, was du machst, und du hast das Recht, es trotzdem zu tun. Und das finde ich ist ein unglaublich wertvoller Spruch, auch so auf Eltern oder Freunde bezogen, wenn die es nicht gut finden, was du tust, die haben das Recht, es nicht gut zu finden, aber du hast das Recht, es eben trotzdem durchzuziehen. Ich habe in 27 Jahren nie das perfekte Salatdressing für mich gefunden und habe jetzt entdeckt, dass Kürbiskernöl für mich die Lösung ist. Ernährung ist super wichtig und jeder und wirklich jeder sollte sich mit Ernährung auseinandersetzen, denn wir essen nun mal jeden Tag. Jeden Tag müssen wir essen und uns ernähren und da ist es einfach super wichtig, Bescheid zu wissen, was hier oben reinkommt und mit was man sich füllt und was einem wirklich die Energie gibt, die man braucht. Und ich bin so glücklich, dass ich zu diesem Thema Ernährung für mich gefunden habe. Ich kaufe nur noch Kleidung, die bequem ist, denn alles andere ziehe ich nicht an. Es kann noch so schön aussehen, ich ziehe einfach Kleidung nur an, die wirklich bequem ist. Investiere mehr in Pflege als in Schminke, weil ganz ehrlich, Schminke ist halt so eine Sache, ist ganz nett und man kann sich damit austoben, aber am wohlsten fühlen sich dann doch, glaube ich, die meisten eigentlich, wenn man auch ungeschminkt gut aussieht und eine schöne Haut hat und deswegen eher in die Pflege als in die Schminke investieren. Mindset is the key. Reduziere Medien in deinem Leben und das sage ich als YouTuber, unglaublich, aber es ist wirklich so Endfolge-Instagram-Accounts und mach mal eine YouTube-Pause und so. Das ist so wichtig, damit man wirklich wieder bei sich ankommt und oft hat man dann wirklich auch ein höheres Selbstbewusstsein, wenn man nicht die ganze Zeit diese gephotoshoppten Leute auf Instagram sieht oder irgendwie YouTuber, die die zehnte, weiß ich nicht, Lies-Schattenpalette für 60 Euro in die Kamera halten und man selber fühlt sich schlecht, weil man es sich nicht leisten kann. Wenn man dem Ganzen mal ein bisschen entsagt, fühlt man sich sehr, sehr viel mehr in seiner Mitte. Wenn du mehr Wasser trinken willst, kauf dir ein schönes Glas. Es ist einfach so, ich wollte nie gerne Leitungswasser trinken, aber seit ich ein richtig schönes Glas habe, mache ich das richtig gerne und trinke echt viel davon. Ich bin einfach eine Blondine. Ich habe so oft versucht, meine Haarfarbe mal zu wechseln, dunkler, heller und so weiter, aber ich bin einfach eine Blondine. Lebe in der Gegenwart, denn nichts und wirklich gar nichts kann man nochmal genauso wiederholen. Du kannst nichts, wie soll ich sagen, ja wieder aufleben lassen und das genauso nochmal fühlen und genauso nochmal erleben. Das ist nicht möglich. Von dem her genieße den Moment, denn genau so kommt er nicht wieder. Benutze das Wort Nein. Lerne Nein zu sagen, das ist so wichtig, wenn man auf sich hören will und wenn man sich Gutes tun will und nicht nur für die anderen leben will. Nein, ein einfaches Wort, ein simples Wort, aber ein wichtiges Wort. Das Beste, was ich in 28 Jahren für Geld bekommen habe, sind Reisen gewesen. Also investiere in Reisen. Sorge dich nicht um morgen, denn der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen. Und das finde ich ist wirklich ein sehr wahrer, sehr wichtiger Spruch. Kümmere dich einfach nur um heute, vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen. Hast du heute genug Essen? Hast du heute genug Geld? Machst du heute deine Arbeit gut? Denk nicht an morgen, denn morgen sind die anderen Sorgen wieder da für den morgigen Tag, aber heute gilt nur heute. Dein Körper ist dein Kapital und das Beste, was du besitzt und deswegen gib gut auf ihn Acht und höre auf ihn. Hör auf die Signale, die dir dein Körper gibt. Also sei es, ich bin müde, ich muss schlafen, ich möchte mich bewegen, ich brauche eine Auszeit, ich möchte jetzt vielleicht nicht feiern gehen, ich fühle mich einfach eigentlich überhaupt gar nicht bereit, jetzt irgendwie rauszugehen zum Feiern, sondern möchte zu Hause bleiben. Hör auf deinen Körper, würde es dir sehr, sehr danken. Eine super wichtige Sache ist, dein Leben ist jetzt perfekt. Du bist jetzt genau an dem Punkt in deinem Leben, an dem du sein sollst und an dem perfekten Punkt und es wird eigentlich nicht mehr besser. Also von dem her auch wieder dieses Lebe im Jetzt und sei dankbar für das, was du jetzt hast, denn es ist eben jetzt gerade perfekt. Oh yeah, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, eine Beziehung ist harte Arbeit und zwar wirklich harte Arbeit, aber es lohnt sich auch zu 1000%. Du bist stärker, als du denkst und du schaffst viel mehr, als du denkst und du hältst viel mehr aus, als du denkst. Ich habe gelernt, ein Buch zu Ende zu lesen und nicht bei der Hälfte oder so aufzuhören, damit ich es wirklich komplett erfasse. Ich habe gemerkt, erst dann verstehe ich wirklich den kompletten Inhalt. Jeder und zwar wirklich jeder auf dieser Welt hat einen Sinn. Es hat einen Sinn, dass du auf dieser Welt bist, dass ich auf dieser Welt bin und man findet den Sinn auch heraus, wenn man sich damit befasst. Früher oder später, irgendwann geht einem der Sinn des Lebens auf und dem sollte man dann wirklich folgen. Und das ist wirklich was, was ich sehr, sehr begriffen habe, vor allem in den letzten Monaten. Es ist ein blöder Spruch, aber es stimmt einfach, Zufriedenheit kommt von innen. Ich weiß nicht, das kommt mir vor wie eine alte Oma, die das erzählt. Aber es ist so, alles andere ist vergänglich. Die schöne Haut oder irgendwie Haare oder Make-up, Nagellack, was weiß ich. Das sind alles Sachen, die dich nicht wirklich befriedigen auf Dauer. Das ist nur so eine kurze Suchtbefriedigung. Und diese wahre, wirkliche Zufriedenheit, die kommt wirklich nur von innen. Ich kann nicht gut unter einem Vorgesetzten arbeiten. Ich tue es zwar manchmal und es klappt auch manchmal und ich habe es schon getan, aber es macht mich ultra unglücklich. Es engt mich sehr, sehr ein. Es macht mir Platzangst und deswegen bin ich einfach für die Selbstständigkeit geboren. Es gibt keine Hollywood-Liebe. Nicht so, wie ihr sie in den Filmen kennt. Davon habe ich mich verabschiedet und es ist ein sehr befreiendes Gefühl und es gaukelt uns einfach was Falsches vor. Und ich habe verstanden, dass wahre Liebe wirklich auch durch harte Zeiten geht und wahre Liebe nicht immer geradlinig verläuft und wahre Liebe Tiefen hat und das aber dann auch wirklich diese wahre Freundschaft ist, die wir uns doch alle wünschen. Ich weiß, an welchem Ort ich wirklich am glücklichsten bin. Und das ist ein Ort, an dem es warm ist und an dem das Meer ist. Denn Wasser ist total mein Element und diese Weite vom Meer, das macht mich wirklich glücklich von ganz tief innen. Und die Wärme auf meiner Haut, die macht mich einfach frei. Und das beides in Kombination ist halt einfach so mein Traumort. Ich will auch was von euch lernen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie alt du bist und was du in deinem Leben bisher so gelernt hast. Vielleicht so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das waren so deine Erkenntnisse schlechthin. Ich freue mich total. Und es hat mir so Spaß gemacht, das Video für euch zu drehen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr es bewertet mit einem Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!